Im letzten Video haben wir gesehen, was die grundlegende Idee hinter dem Riemann-Integral ist. Wir haben wirklich für eine festgegebene Funktion versucht, den Flächeninhalt zwischen dem Graph der Funktion und der x-Achse zu bestimmen. Und in diesem Video soll es einmal um die formale Definition gehen. Das wird hier und da jetzt hier in diesem Video etwas technisch sein, aber am Ende des Videos zeige ich Ihnen auch, warum das wichtig ist, wirklich eine präzise Definition des Riemann-Integrals zu haben. Es gibt auch mehrere Zugänge zum Riemann-Integral. Ich habe hier einen ausgewählt. Wenn Sie in der Literatur mal nachlesen, kann das sein, dass Sie hier und da einen leicht anderen Zugang finden, der aber auf den gleichen Integralbegriff hinausläuft. Sie erinnern sich noch an das Vorgehen in dem letzten Video. Da wollten wir den Flächeninhalt bestimmen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das Intervall, für den wir den Flächeninhalt bestimmen wollen, hatten wir in gleich große Teile zerlegt. So, jetzt muss diese Zerlegung natürlich nicht in gleich große Streifen erfolgen, weil es kann ja unmöglich von der Art der Zerlegung abhängig sein, wie groß der Flächeninhalt unter diesem Graphen ist. Die Zerlegung kann also relativ beliebig sein. Hauptsache, es ist irgendeine Zerlegung. Und genau diese Idee wird jetzt hier in dieser Definition einmal festgehalten. Wir definieren also Zerlegung in Teilintervalle. Wir gehen aus von einem Intervall Groß i mit den Grenzen a und b und sagen, na gut, wir haben jetzt x-Werte von x0 bis xn, die irgendwie zwischen a und b liegen. Dabei soll x0 genau den Wert von a haben und xn soll den Wert von b haben. Und was wir dadurch erhalten ist, mit dieser Bedingung, dass also x0 echt kleiner als x1 und so weiter, echt kleiner als xn bis zum Schluss eben ist, ist, dass wir es dadurch schaffen, das Gesamtintervall, was wir hier betrachten, in Teilintervalle zu zerlegen und zwar in n Stück. Hier nochmal der Hinweis, es muss tatsächlich nicht so sein, dass die alle gleich groß sind. Es kann größere Stücke geben und es kann kleinere Stücke geben. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Aber mit dieser Zerlegung haben wir dann hinterher auch eine Zerlegung unseres Gesamtintervalls und schon mal den ersten Teil unserer Streifen geschafft. Die nächste Sache, die wir brauchen, ist, wir brauchen ja irgendwie die Höhe für diese einzelnen Streifen. In dem vorherigen Video haben wir es so gemacht, dass wir immer die rechte Grenze genutzt haben, von dort den Funktionswert ermittelt haben und das als die Höhe angesehen haben. Aber auch da, wenn wir das hinterher verallgemeinern wollen, kann das nicht davon abhängig sein, wo wir genau hingucken. Die Funktion muss ja nicht so aussehen, wie sie jetzt hier in diesem Beispiel aussieht. Die könnte ja auch monoton fallend sein oder sich völlig anders verhalten. Wir brauchen aber also irgendwie Punkte, jeweils innerhalb dieser Teilintervalle, an denen wir dann wirklich die Funktionswerte bestimmen. Und dadurch kommen wir dann zu einer sogenannten Zerlegung mit Zwischenwerten. Die Idee bei dieser Zerlegung mit Zwischenwerten ist, dass wir zuerst eine Zerlegung unseres Gesamtintervalls haben und dann in jedem der Teilintervalle uns halbwegs beliebig ein Element rauswählen dürfen. Hier x1-Schlange, da x2-Schlange. Hauptsache das liegt in diesem Intervall. Und für diese Werte, x1-Schlange und x2-Schlange und so weiter, da werden wir hinterher die Funktionswerte bestimmen wollen. Und das wird die Höhe unseres jeweiligen Rechtecks werden. Also gucken wir noch einmal hier in die formale Definition. Für einen Intervall a, b haben wir jetzt schon eine Zerlegung. Und wir generieren eine Zerlegung mit Zwischenwerten als Paar. Da haben wir einmal die Zerlegung x und einmal den Vektor x. Vektor x-Schlange. Und dieses Groß x ist einfach die Zerlegung in Teilintervalle, wie wir es schon kennen. Und diese x-Schlange ist eine Menge von Werten, die jeweils in diesem Intervall liegen. Also von x-Werten in diesem Intervall. Und die grundlegende Idee war natürlich, dass wir versuchen, dann die Zerlegung immer feiner zu wählen. Und so auf diese Weise uns immer näher dem Wert anzunähern, der den Flächenhalt unter dem Graphen so beschreibt. Und dieses immer feiner wählen, das müssen wir auch noch ein bisschen genauer fassen, was das eigentlich bedeuten soll. Und dazu definieren wir einfach das Feinheitsmaß. Und bei diesem Feinheitsmaß ist die Idee, naja, das Feinheitsmaß soll einfach die Länge des größten Teilintervalls sein in unserer Zerlegung. Also hier in dem Falle, auf der rechten Seite, sehen Sie, dass wir da das Intervall in vier Teile zerlegt haben. Und das größte Teilintervall, das soll das sogenannte Feinheitsmaß der Zerlegung sein. Oder aber formal hier, das Feinheitsmaß Betrag von Z soll sein, das Maximum über xk minus xk minus 1. Das heißt, das ist jeweils die Länge des Teilintervalls. Und davon nehmen wir das Größte, was es gibt. Und das nehmen wir Feinheitsmaß. So, jetzt haben wir an der Stelle schon relativ viel zusammen. Wir haben es geschafft, unser Intervall auf der x-Achse in Teile zu zerlegen, sogenannte Teilintervalle zu zerlegen. Wir haben Zwischenwerte gefunden, an denen wir die Funktionswerte dann hinterher bestimmen möchten. Das ist auch gut. Und was wir dann machen können, ist, wir können beide Ideen zusammennehmen und dadurch die sogenannte Riemannsche Summe bestimmen. Die Riemannsche Summe ist einfach die Summe der Flächeninhalte der Rechtecke hier. Wir haben die Summe für jeden Streifen, also von k gleich 1 bis n. Da geht es einmal über alle Streifen. Wir haben das Intervall hier in n Streifen zerlegt. Und jeder dieser Summanden ist die Fläche eines dieser Rechtecke. Also dieses Rechtecks und dieses Rechtecks. Und die Breite des Streifens ist der xk minus xk minus 1. Das ist die Breite eines Streifens. Und die Höhe des Streifens ist gegeben durch den Funktionswert an dem Zwischenwert xk Schlange. Also der hier entsprechend drin liegt in dem Intervall. Also wenn wir zum Beispiel dieses Intervall hier angucken von x2 bis x3, dann liegt x3 Schlange da drin. Und dieser Streifen hier, dieses Rechteck, das hat den Flächeninhalt x3 minus x2 mal x3 Schlange. Und das machen wir natürlich für jedes der entsprechenden Rechtecke. Summieren die alle auf. Und dann haben wir für eine gegebene Zerlegung, bei der wir festgelegt haben, wo die Grenzen der Teilintervalle sind und an welchen x-Werten wir jeweils die Funktionswerte für dieses Teilintervall bestimmen, haben wir dadurch dann als Summe, die sogenannte Riemannische Summe, als Fläche aller Rechtecke. Die nächste Idee war jetzt, dass wir es erreichen möchten, dass die Zerlegung immer feiner wird. Wir haben das in unserem Beispiel dadurch erreicht, dass wir immer die Länge eines Teilintervalls 1 durch n hatten, dann n gegen unendlich laufen lassen. Und die gleiche Idee nutzen wir jetzt hier auch. Da wir aber nicht festlegen, dass die Zerlegung jeweils in gleichgroße Abschnitte erfolgen soll, fordern wir einfach nur, dass der Grenzwert für entgegen unendlich des Feinheitsmaßes 0 sein soll. Und wenn dem so ist, dann haben wir eine sogenannte konvergierende Folge von Zerlegung. Und die zugehörige Folge S von Zn, das ist also die Riemannsche Summe für diese Folge von Zerlegungen, die nennt man dann Riemannfolge. Und die Idee ist, dass wir mit so einer großen Zerlegung vielleicht starten können und das immer feiner machen, immer feiner werden. Wie gesagt, das muss nicht gleichmäßig sein, Hauptsache es wird immer feiner. Das heißt, die Breite des größten Intervalls läuft gegen 0. Und wie Sie sehen, nähern wir uns immer mehr dem Flächeninhalt unter dem Graphen der Funktion an. Und damit haben wir auch schon alle Teile zusammen, die wir brauchen. Damit können wir das Riemannintegral definieren. Wir sagen einfach, okay, wir haben eine Funktion f, die bildet ab von einem Intervall a, b nach r. Und diese Funktion heißt Riemann-integrierbar oder auch kurz integrierbar auf dem Intervall a, b. Wenn für jede Folge, also egal wie wir die Arten von Zerlegungen wählen, wenn wir für jede Folge von Zerlegungen mit Zwischenwerten, mit der Eigenschaft, dass diese Folge, dass in dieser Folge von diesen Zerlegungen das Feinheitsmaß gegen 0 läuft, dass dann für jede dieser Folgen die Riemannfolge gegen einen Grenzwert konvergieren muss. Das muss dann auch ein gemeinsamer Grenzwert sein. Wenn Sie alle konvergieren, dann konvergieren Sie natürlich auch alle gegen den gleichen Grenzwert. Und dieser Grenzwert, der da rauskommt, das ist das, was man hinterher das Riemann-Integral nennt oder auch kurz das Integral. Und das schreibt man dann entsprechend so in dieser Notation. Man nennt das dann, dass das Integral von a nach b über f von x dx. a nennt sich dann untere Grenze, b obere Grenze. Und die Funktion f von x ist der Integrant. Das Symbol selber hier, dieses Integralsymbol, das ist tatsächlich übrigens ein stilisiertes s, weil wir da eine Summe bilden. Und wenn Sie es bis hierhin in dem Video geschafft haben, dann fragen Sie sich vielleicht, warum betreibt man eigentlich diesen Aufwand und warum macht man das so kompliziert? Wir hatten doch in unserer ersten Idee, hatten wir eigentlich schon eine schöne intuitive Vorstellung, wie man da rangehen könnte. Das Ganze hätte man auch numerisch so berechnen können, um so einen Flächenall zu berechnen. Warum braucht man diesen Aufwand, dass man wirklich jede mögliche Zerlegung anguckt, mit Zwischenwerten und warum sind die alle konvergieren? Und ja, warum treibt man diesen Aufwand? Und um das so ein bisschen zu motivieren, möchte ich mit Ihnen eine Funktion angucken, die auch relativ bekannt ist. Das ist die Funktion, die hat die Eigenschaft, dass sie den Funktionswert 1 zuordnet, allen Werten x, die in q liegen, also Brüche sind, an rationalen Zahlen liegen, und den Wert 0 allen anderen Zahlen zuordnet. Diese Funktion kann ich logischerweise jetzt hier nicht schön aufzeichnen, weil egal welchen Strich ich malen würde, überall hätte ich ja sowohl rationale Zahlen als auch nicht-rationale Zahlen, irrationale Zahlen erwischt. Das heißt, die kann man nicht zeichnen. Aber die Frage wäre natürlich, könnte man dieser Funktion ein Integral zuordnen? Und um die Antwort gleich vorwegzunehmen, nein, das kann man nicht, zumindest kein Riemann-Integral. Was würde passieren? Je nachdem, welche Folge von Zerlegung mit Zwischenwerten wir wählen, könnten unterschiedliche Werte rauskommen. Wenn ich Folgen wähle von Zerlegung mit Zwischenwerten, bei denen ich die Zwischenwerte selber, an denen ich den Funktionswert bestimme, alle aus q wähle, dann wäre für jeden Zwischenwert, weil das ja ein Wert aus q ist, der Funktionswert 1. Das heißt, die Riemann-Summe wäre konstant 1 für so eine Folge. Würde ich umgekehrt bei den Zerlegungen mit Zwischenwerten immer nur Werte aus r ohne q nehmen, also aus den irrationalen Zahlen, dann wäre der Funktionswert für jeden dieser Zwischenwerte, das gibt uns ja die Höhe unseres Rechtecks an, immer 0. Wenn das aber immer 0 ist, ist die Riemann-Summe immer konstant. Und an der Stelle sehen Sie schon, dass die ganz einfache Definition, dass man sagt, ja, wir nehmen irgendwie den rechten Rand unserer Zerlegung, dass das nicht funktionieren muss, weil dann hätten wir entweder die 1 oder entweder die 0 immer, das würde keine wohldefinierte Definition geben. Das kann man an der Stelle nicht machen. Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir natürlich auch Folgen von Zerlegungen wählen können mit Zwischenwerten, die abwechselnd in q und in r ohne q liegen. Dann wiederum springt dafür der Funktionswert immer zwischen 0 und 1 hin und her. Da haben wir gar keine Konvergenz. Folglich ist diese Funktion nicht Riemann-integrierbar. Und dieses Beispiel zeigt auch, warum man sich so viel Mühe gibt, das Ganze formal zu fassen. Wir haben am Ende des Tages zwar keinen Erfolg gehabt und können diese Funktion nicht integrieren, aber zumindest macht die uns unsere Definition nicht kaputt. Blöd wäre es gewesen, wenn man für so eine Funktion rausbekommen hätte, ja, sie ist integrierbar, aber der Wert kann 1 oder 0 sein. Dann ist es keine sinnvolle Definition, damit kann man nicht arbeiten. Dann ist es besser, wenn man sagt, okay, dieser Integralbegriff ist nicht stark genug, um solche Funktionen integrieren zu können. Die fallen dann raus. Tatsächlich, nur so nebenbei, gibt es Integralbegriffe, die stärker sind, sogenannte Lebesgue-Integral. Und damit können Sie zum Beispiel auch solche Funktionen dann hinterher behandeln. Und damit können Sie zum Beispiel auch solche Funktionen